Klappe die zweite, eigentlich schon dritte, aber das weiß keiner. Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in den Home Record Studios. Mein Name ist Michael Peintner und heute zeige ich euch mein Monitor Setup. Los geht's! Als Monitore benutze ich die VocalShape 65 und die Swissonic ASM5. Mein Monitor Controller ist ein Mackie Big Knob und die Kabel sind alle von Kordian. Die Neueinsteiger im Recording Geschäft unter euch werden sich jetzt vielleicht fragen, sind zwei Monitore nicht ein bisschen zu viel? Ja und nein. Natürlich würde ein gutes Paar Monitore reichen, aber seien wir mal ganz ehrlich, die wenigsten unter uns werden direkt mit ihrem High-End-Monitor-Paar angefangen haben. Und genauso war es bei mir auch. Ich musste mich am Anfang für eine kostengünstigere Alternative entscheiden, nämlich meine Swissonic ASM5. Und wie über die Zeit dann der Wunsch nach einem besseren Paar Monitore immer größer wurde und ich mir schließlich meine VocalShape 65 gekauft habe, habe ich die beiden Monitore nicht nur ausgetauscht, sondern benutze seitdem beide Paare. Warum? Ganz einfach. Auf umso mehr Monitoren der Mix gut klingt, umso besser. Und umso mehr verschiedene Abhörszenarien ich direkt im Studio abdecken kann, umso besser. Aus diesem Grund benutze ich auch diesen kleinen Bluetooth-Lautsprecher, sozusagen um zu kontrollieren, wie der Mix auf kleineren Lautsprechern, wie ganz normalen Computer-Lautsprechern oder Handy-Lautsprechern klingen würde. Und diese kleine Box bildet einen super Kontrast zu meinen beiden größeren Monitorpaaren. Ich kann mit meinen insgesamt drei Monitorpaaren, also eine recht große Bandbreite an unterschiedlichen Abhörszenarien abdecken. Gesteuert wird mein Setup von dem Monitor-Controller Mackie Big Knob. Bei dem kann ich auf der rechten Seite zwischen drei verschiedenen Monitorkanälen auswählen und auf der linken Seite zwischen vier verschiedenen Inputkanälen. Dazu habe ich in der Mitte einen Lautstärkeregler und einen Schalter für Mono, Mute und Dim. Zusätzlich ist noch ein Talkback-Mikrofon eingebaut und zwei Anschlüsse für Kopfhörer. Zur Verkabelung von meinem Setup benutze ich die CFM-Serie von Cordial. Und da habe ich einmal das CMF-FV-Kabel, das ist XLR-weiblich, auf eine symmetrische Klinke. Das brauche ich, um von meinem Mischpult zu meinem Monitor-Controller zu kommen. Dann habe ich das CMF-MV-Kabel, das ist eine symmetrische Klinke, auf XLR-männlich. Und das brauche ich, um von meinem Monitor-Controller zu meinen beiden Monitorpaaren zu kommen. Und zum Schluss habe ich noch das CFY-WPP-Kabel. Und das sind zweimal Monoklinke, auf einmal Stereo-Mini-Klinke. Und das brauche ich, um meinen Bluetooth-Lautsprecher an meinen Monitor-Controller anzuschließen. Kleiner Profi-Tipp zum Abschluss. Verwendet bei der Verkabelung eurer Monitore immer symmetrische Kabel. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich und kauft erst die unsymmetrischen Kabel und dann die symmetrischen Kabel. Das erspart euch viel Ärger, Brummen und Rauschen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.